Das macht dir Spaß, ne? Jetzt die ganze Zeit rumzuballern. Guck mal, deine Hand blutet schon, weil du so dumm bist. Da, jetzt hast du noch einen Kugel im Kopf. Der dritten Folge voll. Vierte, oh Gott, fail. Am besten, du bist still, hörst auf zu schießen, sonst schieße ich dich gleich. Und dann ist es vorbei für dich und alles andere. Folge 4 in 4-3, let's play together. Oh, guck mal, das ist so. Falls ihr vergessen habt, weil wir sind Landori und San, die Fische. Ja, falls ihr es vergessen habt. Guck mal, Tigeuner. Was hast du? Guck mal auf, deine komische Kugel. Hallo, sag mal, kannst du aufhören, überall deine Perioden zu haben? Das ist nicht normal. Tampons. Ist die Bäre ein Kind, ja? Ich darf das nicht. Ja, natürlich, so was, die Tampons hast du nicht. So, ne? Warum Tampons? Oh, die ist zu dunkel. Oh, guck mal, die Cake is alive. So, hier, alles dunkel und so. Oh, hier vibriert alles. Das ist scheiße. So. Hallo, hör mal auf. Oh, guck mal, du bist so fit, ey. Das ist unfassbar. Wieso, du? Nee, du bist da jetzt grad gelabert. Dann ist es eingekracht. Nein, ich war da noch gar nicht. Die Leute, ich will es bestätigen. Ich habe erst gewartet, bis du drüber warst. Ja, natürlich, natürlich. Oh. Warte, ich bleibe. Ah. Ich glaube, wir müssen da runter. Ich das. Ich folge. Hä? Hopla, kann das nicht geistern. Eine Ratte! Mein Gott, oh mein Gott, wir werden sterben. Ich wusste, dass wir werden sterben. Ratten, Ratten. Ratten werden. Ratten werden. Hallo, mach mal. Mach mal das jetzt so. Kann ich schon. So. Wir kriegen beide. Ähm. Nein, nur ich will haben. Nicht du. Beide kriegen dich. Ich will dich aber nur haben. Du hast das nicht verdient. Du hast das nicht verdient. Ja, du bist ja wie immer. Ja. Hallo, da steht nicht rein. Das ist das Jungs-Clo. Du, du in deinem Klo. Ich geh in meinen Klo. Ist aber nichts los. Oh, doch, mir geht's weiter. Hehehehehe. Bin ja doch nicht jung. Ja. Was geht denn bei dir, ey? Alter, also das bei dir. Das ist nicht normal. Also, ich kauf die Klappen-Tankpunkt, weil das ist nicht normal, wenn du da reinfst. Also, ich kauf der, da hatte wirklich jemand grad irgendwie so seine Periode. Ich werfe ja mal so eine Granate. Und die waren. Oh. Was, ich will denn eine Granate werfen? Werfen die Granate? Oh. Thank you very much. Werfen die Granate? Oh, ja. Das, 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 das ist geil. Hehehe. Hehehe. Ähm. Ja, bei mir fließt es förmlich nur noch aus. Ähm. So ein Wasserfall, ne? Ja. Es passt aber irgendwie. Man kommt ins Mädchen-Klo und bam. Ganzes Klo voller Blut. Hehehe. Typisch, ne? Mädchen halt. Ja. Ich hab grad den Hund. Cola! Hebe auf, hebe auf, hebe auf! Umsonst Cola! Ja, das ist sogar Cola! Yeaaah! Kann ich nicht hochheben? Echt, ey. Ich kann's wegschmeißen. Olaaa! Ich bin da! Niemand mag dich! Es leckt? Wie kann das bei der Xbox lecken? Das ist unlogisch. Da, da ist jemand! Hallo! Hallo! Oh, mir gefällt der Ort nicht. Ich lauf dahinter. Einfach wieder. Dackel, dackel. Okay. Mann, lauf doch! Ist das ein bisschen dumm, oder was? Achso, ich muss nicht so gut. Ich dachte, ich bin die Unfähigkeit für mich zu bücken. Ah! Ich brauche mich da. Warum lauf ich die hinterher? Es ist so un... Es ist unfassbar. Ja, ich seh nichts. Ich müsste die eigentlich hinterher machen. Ich hab hier keinen Taschen mehr. Kauf die eine. Du brauchst zu viel. Warte, ich hab's dir geschenkt bekommen. Ein Euro bei Aldi. Das ist echt... Da klau ich lieber... Ja! Ein Euro, Aldi? Taschenlampe? Ich dachte, die kostet 3 Euro oder so. Genau. Ich hab's schon mal gesagt. Hoch und hoch. Ich bleib oben. Da klau ich lieber bei einem anderen Laden. Da ist es billig. Ja, klauen ist allgemein billiger. Ich... Ich gucke hier eigentlich. Das war ein Witz. Was ist denn los? Du hast den Witz nicht verstanden. Oh, da ist jemand, der rumt. Ich hab da einen tollen Arsch gut drin. Ähm... Ist das denn der Leute? Überall Fernseher. Gott, ich will auch so viele haben. Da sind Leute! Was find ich sonst? Ich hab mir eben gesagt. Da rennt jemand. Da rennt wohl viele. Sag mal. Wir sind zu zweifeln. Ich schaffe das. Ich hab auch ein bisschen... Ey, das... Kein Zweifel. Wir werden gejagt. Ja, aber wir sind doch die, die jagen. Oder nicht? Sag mal! Sag mal! Kannst du nicht aufpassen, wie das Ding hier in Kopf zu werfen, ey? Wolltest du gebraucht? Ich dachte nur hinterher. Ja, ja, ja. Weil du die Taschenlampe hast. Was ist? Was ist? Das geht mir aber nicht so. Der müssen ja auch dann. Ja, ich komme, ich komme. Spannende Musik, warum? Oh, Gegnerz. Da ist Rizan. Sehr gut. Schlau. Oh cool, ich kann so ein Viech einnehmen. Guck mal. Ja, du kannst doch alles einnehmen. Du bist doch so der Psycho. Geil. Heyo. Post-Battle. Rocky. Oh, Sieg! Yeah! Oh, I'm epic! Epic! Oh, ist das geil! Oh, ist das geil! Komm her! Komm her! Komm her! I love it! Hahaha! Ich liebe Battle! Geil! Komm her! Du bist dumm oder so. Und dann fällt man zwischen Freund und Freund. Ich bin ein Zombie, was erwartest du? Nein, du bist ein ganz normaler Mensch. Ja, das ist ein Zombie. Apokalypse. Ja. Wo einmal die Grinne gehen ist. Und wie die Ova-Azis. Aua! Oh, sorry. Ey, jetzt mal. Du machst mich noch fertig. Bist du da rausgekommen? Ich stirb. Ey, was hast du für ein Gesicht, ey? So, mir gefällt das hier alles, ne? Ich nehm, nehm. Komm her! Ich stelle dich nicht. Wo bist du? Ich sage es, wo bist du? Oh, ne. Ich will... Nein, ich kann mich verlassen. Hä? Warum denn? Oh, lauf, 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 lauf. Ha, 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 ha. Das war so geplant. Oh, voll den Hitschiff verpasst, ey. Oh, lass mir mal die Viecher. Ich bin total overpower, wenn ich da drinnen bin. Alter, lass mir doch mal die Viecher hier. Da, die Viecher gehen ganz hier. Hallo, das sind so viele. Alter, out up, ey. Ich habe wenig Munition. Ich wechsle die Waffe. Du siehst scheiße aus. Irgendwann mal balascht ich noch tot. Das sieht wunderschön aus, ja. Komische Ecke hier. Wo bist du? Oh, wenn... Oh, hallo. Das sieht auch wunderschön aus. Die sehen irgendwie alle gleich aus, kann ich sagen. Scheint so, dass die macht, was ich da nix... ...tolles überlegt habe. Verstanden, Oscar 7-2. Hinweis an alle. Feinde halten sich höchstwahrscheinlich noch im Gebiet auf. Ich will ein Zombie sein mit einer Waffe. Mit einer... Kugel. Oh! Ha? Yeaaah! Ich habe doppelt UC. Kommt jetzt, ihr Zombies. Kommt. Ich mach euch so tot, das gibt's gar nix. Oh, ich bin aber... Das ist schon. Ha! Ich habe gestohlen! So sieht's aus. Wenn es nur ein Rollstuhl ist, dann ist ja alles... Das ist ja ein Rollstuhl. Da ist doch ein Rollstuhl. Ne, das ist ein Eimer. Hallo, Eimer. Hallo, etwa andere. Oh, geiler Rollstuhl. Ein Eimer. Ich seh nix. Ich seh nix. Warte auf andere Spieler. Ne, ich warte nicht. Warte auf andere Spieler. Was ist heiß hier? Ja, ich weiß, wie ich heiß bin. Danke. Oh, das ist kacka hier. Guck mal, die sind alle tot. Die sind tot. Gewalt ist keine Lösung, Madame. Jetzt sind sie doppelt. Ich habe einen Appell dort, ja. Ähm, guck mal auf die Uhr. Ah! Ja, ja, lass mich den nur abballern. Ja, ja. Ja, irgendwas hätte ich gesagt, aber ich habe nichts dazu gemacht, weil es mir so wichtig ist. Oh, Gott. Wie komme ich da hoch? Ach, ja, hier die Leute. Alter. Auf. Auf. Aber jetzt. Aber jetzt. So. Ey, du bist so dumm für die Welt. Oh, hallo, Mama. Tschüss, Mama. Wollte Mama aussehen. Mama hat mich gar nicht lieb. Mama hat mich lieb. Mama hat mich lieb. Oh, aber der nicht. Ich kann... Kann ich den nicht... Den explodieren dann daneben? Ich glaub's ja. Wo ist es mit der nicht mehr? Da voll folgt dich einer. Ja, dann gib mir doch Regenendeckung. Sag mal, für was sprichst du hier? Ich bin nicht hier, um den dritten Weg zu geben. Oh, ich lade nach. Ah! Ich bin unten. Oh, nein, ich muss runterfallen. Oh, überall Gegner. Ich kann die einnehmen. Die explodieren. Dann explodier ich. Mich macht's doch keinen Sinn, aber egal. Okay, ich bin draußen. Ich auch. Du bist draußen. Sind draußen. Alle draußen. Ich bin unten. Schau. Oh, ein Typ hier. Oh, ein Typ. die die hälschten hallo 8 jetzt wird es vorhanden hat bei mir und es ist Ah, ich bin der Bessere, aah. Gibt es noch irgendwas? Ich bin in Ruhe. Wie sind sonst hier überall so komische... Mama? Mama hat schon ganz schön. Ich weiß es nicht, ich brenne. Ich bin ein inneres Feuer. Ey, ich schwörs nicht, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her jetzt. Ohhhh. Oh, ey. Wenn ich jetzt sterbe wegen dir. Okay, okay, hör mir auf. Alter! Ich bin hinter dir. Hä? Mama? Ich war gerade hinter dir, jetzt sind wir irgendwie wieder. Hallo Mama! Wink mal Mama! Mama! Wer ist das? Mama hat Angst! Alter, Alter, kannst du bitte aufhören, Mamas Freund zu beleidigen? Wir werden sie nicht finden, das kann ich nicht zulassen. Geh zurück! So! Das ist Vater gewesen eben. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus in letzter Zeit, aber ich denke, er hat auch viel durchgemacht. Das ist wer? Mamas Freund gewesen. Oh, ich kann hier rein. Was ist Mamas Freund? Er ist nur Mamas Freund. Okay. Oh, ich hab Angst. Oh, Schweine. Schweine auch. Tja, die Mosleins haben hier nichts zu suchen, ne? Die können schon mal 4-3 nicht zocken, weil sie überall Schweine sind. Sie sind nicht koscher und so. Guck mal, hier sind Leichen. Ich vergewaltigt sie gerade. Das tut man nicht! Du dummer dummer Junge! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Du kommst hier irgendwie nicht weiter, stimmt das? Nein, ich komm hier weiter. Warum kommst hier nicht weiter? Du bist blöd. Ich bin nicht blöd. Was ist da los? Ja, ja, ja. Ich wollte sie nur voranschieben, damit sie immer ein bisschen weitergehen. Was ist los mit dir, Kollege? Meins. Oie, die Hände! Oie, die Hände! Oie, die Hände! Oie, die Hände! Der Riege-Überwieser! Aua! Ich hab' schon gesehen, bevor der Komme kommt. Ist der tot? Alter, ich will dich haben! Dankeschön! Du bist ne Frau, wow! Du hast deine... Nee, du bist keine Frau! Ich bin tot! Du dummes, dummes, freches Gär, du! Ich bin auch nicht tot! Oh, die deine Augen an! Krasser Scheiß! Deswegen hab ich mich genommen! Ich ähm... Oh! Oh man, sogar mein eigener Bruder ist gegen mich! Der hat mich umgebracht! Doch, ich lag auf dem Boden wegen dir! Wegen mir? Ja, du hast mich abgeballert! Mach doch mal Schaden! Ich mach gar keinen Schaden, ich hab so ne Berchina, das ist ein kleines Messer! Alter, der kann mich anspringen! Ja! Der kann dich auch anpitten! Wenn er möchte! Kann er nicht! Oh, was ist? Hey, die kommen ja hier auch hoch! Wo sollen wir denn hin? Ich glaub nicht, dass die hier irgendwann mal aufhören! Ja, aber ich seh keinen Ausweg! Oh mein Gott! Dieser Club hat was sagt! Hier! Er lutscht Pferdeschwinze! Dieser Club! Das ist eine sehr, sehr, sehr perverse Vorstellung! Nicht nur, dass... Aua! Das tut weh! Okay! Du musst... Ich komm, Alter! So, mit dieser Club hat es dann langweilig, wenn ich kochen wollte! Wenn dein Club auch meines der gleiche ist! Aber... Alter, wir sind keine Schaden ab! Alter! Aua! Das heißt bitte gar nichts! Mach nicht mal was und bekommst Schaden oder was! Aua! Mach ich! Ach! Und was passiert hier ist ein bisschen leid! Das ist echt! Ja, spring einfach mal von da nach da! Und dann wieder zurück! Ist das so asebar? Ist das so asebar? Ist das so asebar? Nein, 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 nein! Ich weiß nicht wohin! Ich lauf dir einfach mal! Was ist das für ein scheiß Piep von Achter? Und es verfolgt schon so die ganze Zeit einer! Tja! Uua! Ich dachte grad echt schon so, hey, wieso piept es die ganze Zeit? Ich bin schon zwei Minuten zum Club! Ähm, müssen wir nicht endlich mal irgendwann einen Stop machen oder so? Ja, wie willst du denn hier Stop drücken, wenn hier so ein Pisser wohnt? Ja! Der immer wegrennt, weil der ein Homo ist! Ah, da bist du! Ich hätte nichts passiert, deswegen komm ich ja auch hier stets! So, lass hier! Hier ist es schön! Gott, scheiß bescheuerte Menschen und Kamikatsu Japaner! Liebe Japaner! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Tschüssi! Das Dichạt wird zwischen zwei und dependence im kleinen Karten gezeigt! Tja! Tja! Tschau! aten